Heute ist der wievielte, bitteschön, ich weiß gar nicht, der wievielte ist, bitte? 20. glaube ich. 20. oder? 21. 21. Also heute ist, wie gesagt, Janni auch unter dem Geleit von Mama hier angekommen. Opa kam mit Verspätung, um erstmal wieder Platz zu schaffen, auf der Vigilkamera, so, da unten haben wir ihn, ja, vorsicht junger Mann, ja, diesmal ist die Gruppe etwas kleiner. Auch die anderen sind wenige, wie man sieht, vielleicht wird nachher noch auf einer großen Fläche geübt. Welchen Eindruck hat die Mama? Ja, alles sehr schön, sehr schön, sehr gut für die Kinder. Ja, das finden wir auch. Ja, so, naja, das mag für jetzt reichen. Nochmal schnell zum Janis. Ja. Und, alles okay? Ja. Na, das mag für heute reichen zwei Minuten. Und, tschüss. 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 Vielen Dank.